Sie sagen, er wird seit etwa vier Wochen vermisst? Seit vier oder fünf Wochen. Vorhin am Telefon hatten Sie gesagt, dass die Mutter von unveränderlichen Merkmalen gesprochen hat. Sie hat gesagt, er hat Pockennarben und er hätte im Nacken einen Strichkot eintätowiert. Wo waren Sie früher? Sieben Jahre lang in der Bed-Stuy, Südost-Brooklyn. Rosewood, Whitney High School. Warten Sie mal, das war doch da, wo Sie letztes Jahr einen Lehrer ermordet haben, oder? Nicht ganz, er hat's überlebt. Ich weiß, wer's getan hat. Es sind nicht die Gangs, vor denen wir in der Schule Angst haben müssen. Es sind die Lehrer. Was hat Benny denn gesagt? Er würde mir wehtun. Es wäre besser, Sie lassen meinen Kumpel, Benny. Ich mag es nicht. Und er mag Sie nicht. Caesar, nein! Sagen wir einfach, wir sind quitt. Nein. Ich sage, wir fangen gerade erst an, Mr. G. Du weißt, dass Benny kein heiliger war, Erl. Er hat viel auf dem Gewissen. Beteala, Schikada! Bruder! Lass mich in Ruhe! Oh, scheiße! Ich hab's dir einmal gesagt, ich hab's dir hundertmal gesagt. Bleib auf deinem Chicano-Arsch sitzen, Junge. Boom! Boom! Increased, meine Lieblings.